Ich weiß ja nicht, ob du es auch gespürt hast, aber die Energie ist geschifftet und das ist mega, mega spannend. Also ich konnte es am Wochenende, also vor allen Dingen auch am Sonntag, glasklar spüren. Ich meine, wir sind schon seit Längerem im Übergang und die ganze Zeit habe ich schon immer gedacht, boah, alter, krass, was sich hier alles tut. Aber es war eben am Sonntag die Information, jetzt ist es geschafft, jetzt ist der Übergang erreicht und ich konnte es auch im Gesicht meiner Teilnehmer sehen. Ich hatte Präsenzwochenende in einer meiner Ausbildungen und das konntest du auf einmal, wirklich zeitgleich bei allen, yes, sind die alle angekommen und man konnte es energetisch spüren, es war richtig krass. Ich weiß nicht, wann du es spürst, ob du es noch spüren wirst, ob du es schon gespürt hast, vielleicht auch schon vor einer Woche oder was auch immer. Astrologisch soll sich ja jetzt auch eine ganze Menge tun, also ich denke, wir sind da alle mehr oder weniger gleich im Schritt, im Rhythmus, mit kleinen Verzögerungen. Und der Übergang, der schon seit Wochen spürbar war, hat ja schon einiges an Erkenntnissen und auch an Irritationen mit sich gebracht. Und du kannst mir gerne mal bei dir schreiben, du kannst mir gerne mal schreiben, wie es bei dir ist. Spürst du, dass die Energie geschiftet ist? Merkst du das auch schon? Und was heute in dieser Podcast-Folge für dich drin ist, was ich mit dir teilen möchte, ist einmal, was hat denn dieser Shift dann jetzt für Auswirkungen auf uns? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Denn sobald du diesen Shift spürst, da gibt es auch dann keinen Weg mehr zurück. Ja, die Reise ins nächste Level hat Fahrt aufgenommen und es wird teilweise auch echt eine Achterbahnfahrt gleichen, so wurde es mir gezeigt. Und also sei wirklich bis zum Schluss dabei und sei bis zum Schluss gespannt, denn diese Folge ist prall gefüllt. Ich hatte wieder ganz, ganz tolle Erlebnisse, die ich mit dir teilen möchte, die natürlich ganz viele tolle Erkenntnisse für uns auch bereithält. Also erstmal für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Linda Giese, ich bin seit weit über 20 Jahren spirituelle Mentorin, bin auch die Autorin von Bewusstsein Next Level und die Begründerin der Seinspotenzialmethode. Wenn du wissen möchtest, was sind denn Seinspotenziale, das hört sich spannend an, ist auch spannend, wir haben nämlich mit dir zu tun, da veranschalten wir regelmäßig eine kostenfreie Live-Show. Und diese Live-Show, da dreht sich alles um deine Seinspotenziale, da dreht sich alles um deine Befreiung, damit eben dein Bewusstsein sich ungestört von Blockaden erweitern kann. Also Blockaden müssen wir rausnehmen, damit dein Bewusstseinswandel, damit deine Bewusstseinserweiterung natürlich auch stattfinden kann. Blockaden verhindern das. Wenn dich das interessiert, ich habe dir den Link zur kostenfreien Show hier in die Shownotes gepackt. Zu dieser Folge freue ich mich, wenn wir uns dort sehen. Die Erde, die hat ihren energetischen Orbit verlassen. Also die Erde als Bewusstsein und auch unser Bewusstsein, unser menschliches Bewusstsein, klar, es hängt alles miteinander zusammen, hat also seine bisherige Frequenz verlassen und ist in eine höhere Frequenz eingetaucht. Das kannst du dir so vorstellen wie bei einer Spirale. Und ich sage dir, solche Spiralübergänge, solche Aufstiege, die dauern aus unserer Sicht sehr, sehr lang, wenn wir das in Zeit rechnen. Es gibt große Übergänge, es gibt kleine Übergänge. Manche sind ein paar tausend Jahre alt, manche eher ein paar Jahre oder zehn, zwanzig Jahre, manche 500, manche 300, also ganz unterschiedlich. Aber dieser Shift, der jetzt stattgefunden hat, das ist ein großer Shift. Den können wir schon, ich habe nicht die genauen Angaben, aber den können wir schon als einen sehr ungewöhnlichen und sehr selten vorkommenden Shift sehen. Und damit stehen uns auch komplett neue Informationen zur Verfügung. Jede Frequenzebene hat ganz eigene Informationen, ganz eigene Schwingungen, eine ganz eigene Dichte, kann man auch sagen. Und somit auch eine komplett neue Realitätsbeschaffenheit. Ja, wir werden andere Dinge wahrnehmen, wir werden andere Dinge sehen, wir werden andere Dinge erleben. Wir werden einen Umbau vornehmen unserer bisherigen Strukturen. Die werden in der höheren Frequenz sich überhaupt nicht halten können. Das wird einfach nicht funktionieren. Und wir brauchen neue Strukturen, es wird sich ein neues Denken, ein neues Wahrnehmen eröffnen und somit eben auch neue Ideen für neue Strukturen. Und das ist einfach so, ja, der Aufbau der neuen Erde, so sagen wir das hier immer. Man kann das auf einer ganz rein energetischen Ebene auch verstehen. Also lass uns einfach mal so stehen, ja, neue Informationen, damit werden auch neue Dinge für uns in unsere Welt rücken. Ja, in die Beziehung, wie wir zu uns stehen, in die Beziehung, wie wir zur Welt stehen. Und auch einen großen Einfluss haben auf die Gesetzmäßigkeiten. Denn auch übrigens Gesetzmäßigkeiten, die kosmischen Gesetzmäßigkeiten mit ihrer Gültigkeit, ja, die bestehen. Aber alle Gesetzmäßigkeiten, die eben auch menschengemacht sind, da werden wirklich einige Sachen mit den Strukturen komplett neu überdacht werden müssen. Denn das ist etwas, was uns einfach überhaupt nicht mehr, was nicht mehr mit uns in Resonanz geht und was auch einfach nicht in die neue Ordnung passt. Ja, in die Ordnung, die wir jetzt aufbauen werden. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also was wollte ich denn eigentlich genau mit euch teilen? Ja, die Auswirkungen zum Beispiel aber auch auf unseren Körper und unsere Psyche können jetzt kurzfristig irritierend sein. Also bis sich unser Organismus an die neuen Schwingungen gewöhnt hat, das kann ein bisschen dauern. Also einfach nur, damit du das weißt, erlaube dir einfach, soweit es deinen Alltag zulässt, im Flow zu sein. Wichtig ist, das war auch eine spannende Info, warum wird das jetzt kurzfristig sein, obwohl es so ein großer Shift ist? Wir sind die letzten Wochen, Monate, sogar länger, sind wir die ganze Zeit schon vorbereitet worden für diesen energetischen Shift. Das hätten wir sonst gar nicht ausgehalten. Das heißt, hältst du auch nicht aus. Also ich habe eine Schwingungsanhebungserfahrung gehabt am Wochenende. Boah, da wurde mir echt richtig schlecht. Du kannst es, wir können es nicht aushalten. Und das ist wirklich eine sukzessive Vorbereitung. Dann geht es mal ein Stück hoch und dann auch mal wieder ein Stück runter, um zur Ruhe zu kommen. Dann geht es in den nächsten Step und so weiter und so fort. Und das ist einfach schon ganz, ganz lange passiert. Also alle, die mit Symptomen zu kämpfen haben und jetzt hören, oh, es geht in den nächsten Anstieg und es wird wieder körperlich und psychisch irritierend sein. Ganz kurzfristig und dann werden wir auch da an dem Punkt bestmöglich zur Ruhe kommen. Ja, das ist auch vielleicht kleine Ausnahmen. Also auch wenn wir alle ganz unterschiedlich von unserer Ausgangslage sind und somit auch unsere Bewusstseinserweiterung unterschiedliche Ebenenbereiche betreten wird oder wir unterschiedliche Bewusstseinserweiterungen erleben werden, teile ich jetzt hier kurz ein paar Einblicke mit dir, die du auf deine ganz eigene, individuelle Art erleben kannst. Also ich gehe schon davon aus, dass auf einiges kannst du dich jetzt einstellen. Ja, das wird spannend jetzt. Ja, das ist wirklich richtig, richtig schön. Denn zum Beispiel wird für viele jetzt so eine Art Download stattfinden, also neue Downloads, also Ideen und Erkenntnisse, die sich dein Verstand einfach nicht ausdenken kann. Du spürst also ganz klar, da geht etwas über den Kanal, inspiriert dich, ja, so der Spirit, der in dich reingeht. Ja, Inspiration, also du wirst Ideen haben, Downloads haben, fertige Konzepte haben, wo du einfach einmal denkst so, wow, krass, da habe ich jetzt vielleicht Jahre, Monate, bin ich mit schwanger gegangen, habe ich irgendwie nicht zu packen gekriegt und auf einmal hast du das ganze Konzept downgeloadet oder Ähnliches. Ja, Ideen, Erkenntnisse. Also bei mir war das wirklich so, ich hatte ja vor längerer Zeit das Buch Bewusstsein Next Level geschrieben, ist mein aktuelles Buch, aber ist ja jetzt schon ein bisschen auf dem Markt. Und ich hatte immer eine wirklich krasse Idee auch in diesem Zusammenhang, aber ich bin einfach überhaupt nicht drangekommen. Aber jetzt ist die Zeit einfach reif, jetzt hat es auch eine hohe Energie und jetzt ist auf einmal, zack, war ein Download da und da geht es jetzt mit dieser Idee, die ich schon ganz, ganz lange habe, eben auf eine Art und Weise weiter, wie ich sie mir überhaupt nicht hätte denken können. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Mein Denken war zu dem Zeitpunkt, wo ich die Idee eigentlich schon mal hatte, viel zu klein. Genau. So, also du wirst Dinge erleben, die dein Verstand sich nicht ausdenken kann. Ja, das ist schon mal so die erste, wirklich finde ich auch echt coole Information. Was auch cool ist, ist so, dass eine ungewohnte oder ungeahnte Gefühlstiefe dich ereilen kann. Und auch so Zeichen, die du auf einmal anders verstehst. Was meine ich damit? Ich würde dir das gerne anhand eines Beispiels erzählen. Daran habe ich es nämlich heute auch verstanden. Ich war heute spazieren und ich habe mit meinem Vater schon länger keinen Kontakt mehr gehabt. Da gab es irgendwie einen Clinch und ja, vielleicht bin ich an dem Punkt so ein bisschen nachtragend, aber viel richtiger ist es, dass ich einfach, ich hatte einfach kein Interesse. Ich hatte kein Interesse an diesen Spielchen, ich hatte kein Interesse an diesen verlogenen Themen und dieser Falschheit und ich habe mich einfach für längere Zeit zurückgezogen und hatte einfach wirklich so überhaupt keinen Bock. Und heute war ich beim Spazieren und da kriegte ich auf einmal so wirklich so den ganz starken Impuls, das hatte ich am Wochenende aber auch schon ein paar Mal, kriegte ich den ganz starken Impuls, mich bei ihm zu melden. Und er ging dann auch ans Telefon und hat sich gefreut, kurz Quack, Quack. Und das Gespräch war auch sehr schnell zu Ende. Und ich dachte noch so, mein Gott, krass so, wo ist er von seinem Bewusstsein her unterwegs und wie sehr verschenkt er damit auch tiefe Verbindungen und, und, und. Und dann lief ich so und da lag so eine wirklich sehr, sehr schöne Blüte, ganz frisch auch auf dem Boden. Und daneben war ein großer Strauch mit ganz vielen solcher Blüten. Ich kenne die Pflanze leider nicht vom Namen her, aber es sah wunderschön aus. Und ich ging einfach weiter und diese Blüte ließ mich nicht los. Und ich musste anhalten, den Weg wieder zurückgehen, die Blüte aufheben und sie in den Strauch reinsetzen. Es war klar, die wird auf dem Boden verblühen, genauso wie sie im Strauch verblühen wird. Und mitnehmen konnte ich sie nicht, dafür war ich zu lange spazieren. Und war nicht meine Intention. Aber ich dachte so, Nina, was tust du denn hier? Und während ich die Blüte anfasste, um sie hochzuheben und in den Strauch zu setzen, durchschoss mich eine Welle der Trauer. Total krass. Und ich legte die Blüte zurück in den Strauch. Und dann war es total klar, warum ich zurückgehen musste, warum ich so traurig war. Und es war die Blüte, die war sinnbildlich, so wie stand die für meinen Vater, der so aus dem Tribe, aus dem Strauch, sich selbst abgeschnitten hat und rausgefallen ist und da jetzt so einsam vor sich hin liegt. Und das ist ganz spannend. Ich hatte mal vor längerer Zeit, hatte ich mal eine systemische Aufstellung gemacht. Und da war eben auch klar, dass er schon sehr lange, schon sehr, sehr, sehr lange sich von seinem Tribe, von der Family so entfernt hat. Und da kann er ja gar nichts für. Das ist einfach eine seelische, eine psychische Beschaffenheit, die das so hervorbringt. Und wo er uns als Familie sehr mag und er liebt auch und auch es ihm wichtig ist, mit der Familie zu sein, sind immer irgendwelche Themen, wo man einfach so spürt, die Verbindung können wir nicht so aufbauen, wie es ihm, wie er es verdient hätte und wie wir es auch verdient hätten. Ja, also mal so ganz wertfrei das Ganze aufgezeichnet. Und das meinte ich so mit Gefühlen und mit Zeichen. Also geh mit offenen Augen gerne durch die Welt und achte mal so, während du so durch die Welt gehst, auch auf deine Gefühle und auf die Zeichen. Was auch sehr spannend ist als nächster Aspekt ist, dass du den Fokus deutlich besser halten kannst. Du wirst wirklich das, was dir wichtig ist, kompromisslos verfolgen können. Du wirst also dich da nicht mehr so von abbringen lassen, weder von deinem Inneren noch von äußeren Argumentationen. Das ist eine sehr schöne Kraft, die du spüren wirst jetzt für deinen ganz eigenen Weg. Also du wirst so stärker als dein inneres Selbst-Sabotage-Programm, kann man auch sagen. Als nächster Punkt, der Kontakt zu deinen Ahnen kann sich urplötzlich einstellen. Weder wirklich Vorfahren, die vor dir gegangen sind oder eben wirklich weit zurückliegende Ahnen, die du vielleicht so von dir heraus so aktuell gar nicht kennst. Auf einmal ist der Kontakt da und der ist sehr, sehr klar. Das ist also wirklich auch ganz erstaunlich, was sich da so tut jetzt gerade. Dann, was auch sehr auffällig ist, ist, dass die Informationsflut oder generell die Informationen der verzerrten Welt, also der verzerrten Außenwelt, damit können wir zum Beispiel die Mainstream-Medien nehmen mit ihren ganzen Schreckungsnachrichten, aber eben auch viele alternative Nachrichtenkanäle. Da gehst du so gar nicht mehr mit in Resonanz. Du bist weder in Widerstand noch in Neugierde, sondern es lässt dich einfach ruhig. Und es muss jetzt gar nicht immer nur Schreckungsnachrichten sein. Es ist so generell das Thema Information, dass du einfach spürst, ich höre so den einen oder anderen, da hole ich mir die Informationen, aber mehr brauche ich da gar nicht mehr. Das ganze Informationsthema generell geht so ein bisschen aus dem Interessengebiet raus. Familie rückt so mehr in den Vordergrund, die Gefühle rücken mehr in den Vordergrund. Und vor allen Dingen haben wir so viele Informationen, die wir ja sowieso schon bekommen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Also Inspirationen hatte ich ja schon angesprochen, die nehmen also deutlich zu. Und vor allen Dingen bei all denjenigen, die lernen, mit dem Geist zu denken statt mit dem Verstand. Ja, das ist wirklich schon Next Level. Das muss man also ganz klar sagen, mit dem Geist zu denken, zu lernen, das ist eine Aufgabenstellung, die für die Bewusstseinserweiterung für viele, viele, viele von uns anstehen wird. Vor allen Dingen 25, 26 wird das ein ganz großes Thema sein. Und einige von euch haben da schon starke Berührung mit, ich auch. Und das fühlt sich wirklich krass an. Also das ist schon ein geiles Abenteuer, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber vielleicht bekommt eben der ein oder andere jetzt schon immer wieder mal so den Impuls und spürt so, ah, da war das, da hat mein Geist gedacht, nicht mein Verstand. Und das ist eben jetzt dieses Übungsfeld, was jetzt schon beginnt. Generell beginnen wir viel mehr oder viele von uns, beginnen wir in Schwingung zu denken statt in linearer Zeit. So, da habe ich ja auch in meinem letzten Podcast und in meinem letzten YouTube Live von gesprochen. Das wird auch immer wichtiger, in Zyklen zu denken, in Schwingung zu denken, statt in linearen Zeitabschnitten. Dann haben wir als nächsten Aspekt, du spürst die Illusionen, die legen sich ganz ruhig nieder. Warum beschreibe ich das so? Es ist einfach, auch da geht so diese Resonanz raus. Es ist so, wir brauchen uns nicht mehr aufregen oder jeden belehren. Das ist eine Illusion und das ist eine Illusion und uns daran so festhalten. Sondern die Illusionen, die legen sich nieder, sie lösen sich auf, sie zerfallen, wie so zu Staub. Das ist ein ganz ruhiger Prozess für viele von uns. Immer noch mal berücksichtigen. Wir stehen an unterschiedlichen Aspekten, Punkten in unserer Entwicklung. Dann haben wir plötzliche, das wird viele freuen, die mit Symptomen zu tun haben, plötzliche, spontane, körperliche Heilung. Mega. Viele werden merken, plötzlich und ohne große Ankündigung greift entweder das, was du schon die ganze Zeit Gutes für dich tust oder aus irgendwelchen Gründen, zack, reguliert sich das in deinem Körper und da stellt sich eine schöne neue Gesundheit ein. Aber nicht nur körperliche, spontane Heilung, sondern tiefe Heilung generell an Psyche und im Kollektiv. Was auch mega spannend ist, dass kosmische oder innere Wesenheiten mit dir in Kontakt treten. Also das ist ein so spannendes Thema, genauso wie, dass deine Urkraft aktiviert wird. Zu den letzten beiden Punkten, also mit den kosmischen Wesenheiten oder inneren Wesenheiten und mit der Urkraft, da möchte ich dir gerne was zu erzählen. Also ich möchte gerne mein Erlebnis mit dir teilen. Und damit du so ein bisschen auch für dich ein Gefühl dafür kriegst, ja, was kann denn da so passieren? Ja, jeder auf seine Art. Ja, und ich hatte wirklich ein spannendes Erlebnis am Wochenende. Und zwar hatten wir, wie ich dir schon sagte, Präsenzwochenende von einer meiner Ausbildungen. Und da wurde der Wunsch von den Teilnehmern laut, dass sie gerne mit mir danach, nach dieser Ausbildung weitergehen wollen. Und eine Teilnehmerin, die äußerte wirklich ganz intensiv den Wunsch, ob ich nicht Lust hätte, eine schamanische Ausbildung anzubieten. Das habe ich dann also komplett verneint und dachte, nee, auf gar keinen Fall, weil ich kann da keine Methoden lehren und ich habe auch keine Lust, da irgendwie wieder so irgendwas aufzubauen und irgendwas zu lehren, was so ein bisschen kopfmäßig mit viel Wissen und so. Das ist einfach, das ist nicht mein Next Level. Das ist einfach so. Das habe ich also ganz klar gesagt. Nein, sehe ich mich nicht, mache ich nicht. Und dann sagte sie, ich sehe dich da aber. Ich sagte, ich sehe dich so krass. Und dann habe ich gesagt, nee, ich werde keine schamanische Ausbildung anbieten. Ich kann dich in ein Endergebnis bringen, ja, in deinem Sein, aber ich werde auf gar keinen Fall eine Ausbildung anbieten. Und dann sagt sie, ja, aber genau das will ich ja, dieses Endergebnis im Sein. Und dann habe ich da gesagt, so, ja, ich denke mal drüber nach. Und dann auf einmal fiel mir ein, boah, krass jetzt, wo du das so sagst. Wir hatten nämlich kurz vorher, hatten wir getrommelt. Und wir hatten eine riesige Trommel, wir haben als Team getrommelt. Und wir hatten eine riesige Trommel, unter die konnten wir uns drunterlegen. Und jeder einzelne Teilnehmer wurde in so eine Vision hineingetrommelt. Und in dieser Vision, ich durfte also auch drunter liegen, in dieser Vision hatte ich mich als diese krasse Schamanin gesehen. Und es war total klar, dass ich in einer machtvollen Energie war. Und da weiß ich noch, dass ich in dieser Vision so dachte, willst du das wirklich? Und dann gab es aber überhaupt keinen, willst du das oder willst du das nicht? Die Energie baute sich kraftvoll auf. Und es war also total deutlich, dass das etwas sein wird, was ich einnehmen werde. Und das erzählte ich ihr dann. Und dann sagte sie, und genau diese Energie, die meine ich bei dir, Linda. Und das ist das, was ich von dir will. Wir sind dann in die Küche gegangen, waren auch dann mehrere Teilnehmer dabei. Und wir haben krasse Gespräche geführt. Da wurden so viele Fragen gestellt und so detaillierte Fragen. Und dieses ganze Frageding, ich merkte das so, irgendwann habe ich so gedacht, das reicht mir jetzt. Und dadurch wurde eine, also die Art der Fragen reichten mir, weil das so knifflig war und man alles so ganz genau wissen wollte vom Verstand. Und dadurch wurde etwas in mir aktiviert, und zwar eine Urkraft. Und dann sprach etwas anderes aus mir. Und das war total spannend. Ich wollte das richtig merken, die Teilnehmer merken das. Es wurde also eine Urkraft in mir aktiviert und das ist wirklich eben diese innere Schamanin, die dann aus mir sprach. Dieser Zustand ist mir nicht ganz unbekannt, aber dieses Mal war es krasser. Diese Wesenheit übernimmt häufig in mir, aber dieses Mal war es anders. Es war kraftvoller, ein bisschen donnernder. Es war magisch. Und die Teilnehmerin, nachdem ich dann so fertig war mit dem, was die Schamanin dann so sprach, sagte sie, und genau die Energie will ich von dir. Ja, und das war dann eben so spannend, dass also deutlich wurde, dass das dann, das sagst ja dann auch diese Schamanin, in mir, aus mir, durch mich, dass das nur über eine absolute Selbstbefreiung zu erreichen ist. Ja, sie sagt dann auch, du willst frei sein, dann stell dich deinen Abhängigkeiten. Ja, du willst Verbundenheit mit dem großen Geist, dann stell dich deinen Ängsten. Du willst deine eigene Größe, dann stell dich deinen Limitierungen. Sei bereit, in deine Größe hinein zu sterben. Ja, und dann war auf einmal der ganze Raum, ja, das wollen wir und so. Und das war schon ziemlich knackig. Das war sehr, sehr geil. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt nur so der kurze Aufbau. Bin ich dann am Abend mit, bin ich dann wieder nach Hause gefahren, mit Silke aus meinem Team. Sie unterstützt mich da in der Ausbildung. Und wir hatten dann natürlich Brainstorming. Die ganzen Downloads wurden sortiert. und es war echt heftig übrigens, die Energie, die war so hoch. Die ganze Zeit war diese Schamanin eben anwesend. Und Silke und ich, uns wurde also gleichzeitig, wurde so richtig übel, ja, also schlecht, ja, weil die Energien so hoch waren, dass wir sie schwer halten konnten. So entspannt, ne, dass selbst hohe Energien zu viel für uns sein können. Habe ich schon oft hiervon erzählt. Also man muss auch das aushalten können. Also so viel stand schon mal fest. Die Reise für unsere Teilnehmer wird also definitiv weitergehen. Ab Januar 25 geht es in Bewusstsein Next Level. Für die, die wollen, denn das ist definitiv nichts für Weicheier. Es wird wie Ayahuasca, nur ohne Ayahuasca. Ja, und in der Nacht, ja, ist das so alles so stand. Ich bin dann ins Bett gefallen, ich war todmüde. Dann ist wirklich was ganz, ganz Verrücktes passiert. Es war wie ein Traum, aber es war mehr als das. War dann eben auch eine Wesenheit, die mir dann erzählte, ja, jetzt müsste mal was operiert werden. Und ich so, naja, okay, dann wird halt was operiert in mir, an mir. Und dann sagt sie, ja, aber dann würden wir dafür mal besser eine Windel anziehen. Ich so, ich bin schon oft operiert worden. Ich brauche keine Windel. Na ja, dafür wirst du wahrscheinlich eine Windel brauchen. Und da hat sich schon so mancher in die Hose gemacht, wie das dann so im Traum ist. Dann habe ich dann halt diese Windel angekriegt und lag dann da auf diesem OP-Tisch. Und dann sagte diese Wesenheit, sie würde jetzt den OP-Tisch nach oben fahren. Und dann ist etwas Verrücktes passiert, denn dieser OP-Tisch verwandelte sich in eine Achterbahn. Und ich war auf dieser Achterbahn, aber in diesem OP-Bett. Und ich rief immer nur, hallo, hallo, ich bin nicht angeschnallt. Hilfe, anhalten, ich bin nicht angeschnallt. Und dann sagte diese Wesenheit, das schaffst du. Hier schnallt man sich auch nicht an. Und dann ging das mit den Loopings und, und, und. Es war also wirklich mehr als verrückt. Und dann waren halt so eben diese Informationen, dass das, wo wir jetzt alle reingehen, jeder auf seiner ganz eigenen Ebene, was da passiert, das ist wie Achterbahn fahren. Da kann wirklich einiges passieren, was einfach für uns so neu und so anders ist, ja. Und am nächsten Morgen habe ich echt glatt verschlafen. Und als ich dann aufstand und Silke wartete schon auf mich, wir waren nämlich verabredet, sagte sie so, als ich dann endlich aufstand, sagte sie, ah krass, ich habe mir so gedacht, wo bleibst du denn? Und dann dachte ich mir so, naja, die Linda, die fährt bestimmt im Traum Achterbahn wegen diesem Download gestern. Ich sage, nee, ist nicht wahr, oder? Ja, dann haben wir uns dann so die Geschichten um die Ohren gehauen. So, das war schon ziemlich krass, dass sie eben auch genau diese Formulierung brachte. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie du mit dieser Folge hier in Resonanz gehst. Wenn sie dir gefallen hat, vergiss das Like nicht, ja. Und kommentiere unbedingt mal deine Gedanken dazu. Also hinterlass mir sehr gerne deine Gedanken in den Kommentaren, würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich auch riesig, wenn du Lust hast, dich mit mir bei Instagram zu vernetzen. Dort gibt es immer schöne, zentrierte Tipps für dich, deine Bewusstseinserweiterung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in unserer Live-Show, oder? Klemm dir gerne dein größtes Problem unter den Arm, bring es direkt mit, dann können wir daran arbeiten. Link ist in den Shownotes. In Liebe, das Allerschönste für dich, deine Schwester im Geiste, deine Linda.